Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Er soll künftig als Staatssekretär im Bundesinnenministerium tätig sein. Das erklärt die Bundesregierung nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD im Bundeskanzleramt. Einzelheiten sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. Über Maaßens Nachfolge an der Spitze des Verfassungsschutzes wird zunächst nichts mitgeteilt. Maaßen war wegen seiner Äußerungen zu den Vorgängen in Chemnitz und wegen Kontakten zur AfD in die Kritik geraten. Er widersprach unter anderem der Einschätzung, es habe Hetzjagden in Chemnitz gegeben. Damit stellte er sich gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU. Die SPD drang auf eine Ablösung Maaßens. Denen gegenüber stand Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU zuletzt zu seinem Behördenleiter.